Musik Meine Jay und wir sind heute live im Birdland in Kronau Und uns gibt es jetzt seit zwei Jahren hier Ja, zwei Jahre hier Zwei Jahre Birdland in Kronau Mein Mann Wer es nicht kennt, hat es verpasst Ja, ich spiele immer Band der Region hier Musik Auch nicht von der Region. Es kommen auch ganz tolle Künstler, auch von Weitem her. Und es ist immer ein Erlebnis hier in Birdland. Und wir haben immer Events. Hochzeiten finden hier statt, Privatfeiern, Geburtstage und so weiter. Prost, Geburtstagskind. Und wie jung? 40. Besser als 30, aber ich fühle mich immer noch gut. Und hier beim Birdland kann man natürlich super Geburtstag feiern. Ja, und mit der Band erst recht. Super Jam. Super Rahme, alles super. Ich hoffe, es wird einen schönen Abend. Dankeschön. Und wie heißt du? Carmen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Carmen. Dankeschön. Danke. Also hier kann man alles Mögliche abfeiern. Wie man sieht, nicht nur die Carmen feiern ihren 40. Geburtstag. Man kann hier alles Mögliche feiern. Hochzeiten, Geburtstage, Firmen-Events. Das Birdland ist für alles offen. Kommt vorbei, feiert mit uns, habt Spaß. Have fun, be happy. Das ist unser Motto. Und ich wollte mich bedanken bei all, bei meiner Familie, bei meinen Freunden, Bekannten und alle, die uns bisher unterstützt haben, weil uns gibt es jetzt zwei Jahre hier, zwei Jahre Birdland-Gronau. Und ich sage einfach mal Dankeschön. Danke für eure Unterstützung und danke an all unsere Gäste hier. Wie ihr alle sehen könnt, ist die Stimmung voll im Gange. Die Band spielt, die Leute tanzen ab. Have fun, be happy. Das ist ja wie im Urlaub hier. Also der Tag neigt sich dem Ende zu. Die Sonne geht langsam unter. Drinnen steigt die Party. Die Stimmung ist gut. Im Sommer habt ihr ab 16 Uhr auf. Das heißt also, man kann hier so richtig Beach-Party-mäßig abfeiern, hier mit dem vielen Sand und so. Ab 16 Uhr sind wir für euch da. Und ihr habt Urlaubsfeeling pur. Ihr könnt euch wohlfühlen wie am Strand. Es gibt leckere Cocktails, Flammkuchen, Burger and more. Einfach die perfekte Zeit zum Wohlfühlen, chillen und abhängen. Ja, dann zieht man sich hier in Birdland, im Kronau. Immer wieder gerne. Birdland, Kronau, ab 16 Uhr sind wir für euch da. So, du bist ja nicht zum ersten Mal bei uns heute, ja? Ja, richtig. Wie gefällt es dir denn hier? Hier ist es immer super gut. Super. Immer besser wird es. Und super geile Musik. Super Stimmung, super Bands. Ja, und die Sabine ist auch super. Ciao. Alex! Ich frage mich nicht, ich frage mich, ich frage mich, aber ich frage mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das üben wir noch! 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 guitar solo guitar solo guitar solo